Deutschland, Exportnation, Technologieschmiede, kultureller Reichtum. Von der Nordsee und Ostsee bis zu den Alpen, gesegnet mit einer Vielfalt an herrlichen Landschaften. Fragt man im Ausland, was zuerst zum Begriff Deutschland einfällt, ist eines mit Sicherheit dabei. Bier. Bier in Deutschland. Das ist eine einzigartige Vielfalt von Spezialitäten. Hinter dieser weltweit größten Brauereidichte stehen die Privatbrauereien. Das sind familiengeführte Unternehmen, in denen Inhaberpersönlichkeiten individuell ihre eigenen Vorstellungen vom Bierbrauen umsetzen. Mit Leidenschaft und einer starken Verwurzelung in ihrer Heimat brauen sie genau ihre eigenen Biere. Das ergibt in der Summe Deutschlands Biervielfalt. Organisiert sind diese Unternehmer im Verband Private Brauereien. Die Interessenvertretung der mittelständischen Brauwirtschaft. So individuell wie unsere Privatbrauer sind, so individuell geht unser Verband ganz speziell auf die Belange dieser Inhaber und Braumeister ein. Ihr Bier ist unser Bier. Dabei reicht das erfolgreiche Engagement des Verbands von der konkreten Beratung im Betrieb vor Ort bis hin zum Einsatz bei der Steuergesetzgebung auf europäischer Ebene. Ein umfangreiches Spektrum. Der Verband Private Brauereien arbeitet für die eigenverantwortlichen Inhaber, fördert die handwerkliche Individualität und unterstützt genau deren Philosophie, besondere Biere mit Geschmack und einer starken regionalen Verwurzelung rund um die jeweilige Brauerei anzubieten. Genuss, Persönlichkeit und die Nähe zu den Biergenießern sind die Erfolgsfaktoren der Privatbrauereien, die sie im Wettbewerb von den großen, gleichen und persönlichen Bierkonzernen unterscheiden. Das weiterzuentwickeln, sieht unser Verband als seine Aufgabe. Vielfalt ist unser Bier. In einer sich immer schneller und effektiver entwickelnden Welt fördern wir Gemeinsamkeiten unter diesen privaten Brauern und wenden uns gegen eine reine Industrialisierung und Vereinheitlichung eines einst lokal gebrauten und vertriebenen Nahrungsmittels. Unter dem erwähnten Motto »Vielfalt ist unser Bier« bietet der Verband immer Neues zu den Themen Betriebswirtschaft, Marketing, Vertrieb, Recht, Versicherung, Technik, Arbeitsschutz, Umweltschutz und Ausbildung. Jeder im Verband steht dabei für ein direktes, partnerschaftliches Miteinander ein. Auch junge Betriebsnachfolger entscheiden sich deshalb für die privaten Brauereien. Es geht im Verband um die Nähe untereinander und die des Verbandes zu seinen Mitgliedern. Beratung ist unser Bier. Mit einem Team von Spezialisten gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse ein, bieten zielgerichtete Lösungen und vielfältige Information. Seminare und Veranstaltungen unterstützen diese Philosophie. Mit der Ausrichtung der Braubeviale, der Verleihung des Bayerischen Bierordens und dem Wettbewerb um den European Beer Star findet die Verbandsarbeit internationale Anerkennung. Wir leben Bier. Alle Verbandsmitglieder brauen Bier aus Leidenschaft. Sie sind genussvoller Botschafter ihrer Region. Sie stehen auf dem Standpunkt, ihre Vielfalt an Biersorten ist so individuell wie die Menschen, die sie brauen und wie die Menschen, die sie genießen. Dafür stehen die Inhaber, die Braumeister und natürlich alle Mitarbeiter, die dafür die Verantwortung haben, dass alle Bierspezialitäten jeden Tag frisch den Weg zu ihren Biergenießern finden. Die privaten Brauer. Qualität ist unser Bier.